Guten Tag und herzlich willkommen auf dem Weg eines Noobs. Wir befinden uns einmal wieder, einmal wieder an der kaspischen Grenze und wir spielen Eroberung und wir werden mal schauen, was wir hier heute so tun können an diesem wunderschönen Sommertag. Das ist doch ein Traum. Am liebsten würde ich mich hier ausbreiten, hier eine Decke hinlegen, ja, schön. Und dann erstmal schön picknicken, aber ich habe Besseres zu tun, nämlich zum Beispiel diesen Panzer hier zu fahren. Ich habe gerade schon ein Match gespielt hier auf dem Server, da stand es, als ich eingestiegen bin, irgendwie 70 zu 150 oder so. 140, irgendwie sowas, auf jeden Fall richtig schlecht für uns. Aber dann bin ich an den Start gekommen und dann haben wir das Ganze wieder umgedreht und haben letztendlich noch gewonnen. Mal sehen, wie es diese Runde aussieht. Vielleicht gewinnen wir auch dieses Mal wieder. Ich weiß nicht, was ich da persönlich so für tun kann, dass wir hier jetzt gewinnen oder eben auch verlieren. Also was ich fürs Verlieren tun kann, das weiß ich. So spielen wir immer, aber vielleicht wird das ja heute auch mal ein bisschen anders. Das ist, hallo, niemand da, das ist gut. Dann werde ich gleich auch mal zu A rüber hüpfen. Schon mal ein bisschen hinhalten da. Bisschen durch die Botanik schießen, so. Und mal gucken, was da so geht. At the point A. Ja, ich bin international hier. Oh, guten Tag. Schönes Ding. Oh, oh. Sehr schönes Ding, kann man ja mal machen. Na komm. Du schaffst das. Jetzt haben wir unseren Panzer hier auch gerade zerlegt. Was ist denn hier los? Ist das für ein Panzer da? Ach nee, Sprengstoff vernichtet, das ist ja schon mal was. Habe ich da gerade, da habe ich doch, ja. Verdammt. Ha! Mein Freund. So nicht. Was haben wir sonst noch hier? Nix. Den können wir mal markieren. feindlichen Helikopter in eurem Gebiet gesichtet, over. Hallo. Keiner da? Keiner da. Feindlicher Helikopter wurde in eurem Gebiet gesichtet, over. So, wunderbar. Unser Jetflieger scheint ein bisschen was drauf zu haben. Das sah gut aus, was er da gemacht hat. Achtung, ich habe einen feindlichen Jet gesichtet, over. So. Einmal gewendet. Hö! Und ab zu... Was ist da? Buh. Buh. Wie... Blöd für die Gegner, dass ich da jetzt hinkomme. Jetzt habe ich gerade gedacht, so ein Drecks... Drecks... Fleck. Hier auf dem Bildschirm wäre ein Gegner. Aber falsch gedacht. Achso, ich wollte ja zu Buh und nicht zu C. Dann entscheide ich mich mal um und fahre einfach mal zu... Wie... Doof, dass ich da jetzt hinkomme. Für die Gegner. So... Heute machen wir mal ein bisschen Panzer-Action. Ich wollte gerade sagen, die wollen mich ja nicht abschießen. Aber... Anscheinend wollen sie das doch... Oh. Wer schießt da denn eigentlich auf mich? Und... Ja. Ach. Wer bist du denn, sag mal? Haha. Du bist auch geil. Genau. Schön mit der... Mit der... Äh, ne? Mit der Pistole da mal eben drauf geschossen. Oder mit dem Gewehr auf dem Panzer. Ist immer gut. So. Ich werde jetzt einfach mal noch ein Jet fliegen. Nicht wahr? Machen wir heute mal nicht so viel zu Fuß. Heute machen wir mal ein bisschen einen auf... Äh... Faulen Sack. Kann ich denn da jetzt eigentlich mal... Achso. Durch die Bäume. Ich steig mal eben... Aus. Ähm. Wo ist denn? Das sah aus, als ob mein Jet gerade in der Luft stand. So ein bisschen. Oh. Eigentlich wollte ich nur markieren. Ups. Jaja, komm. Hoppala. Läuft. Würde ich sagen. Au. Das war... Ein Kopfschuss mit einem Panzer? Respekt. Auch wenn es wahrscheinlich nur Glück war. Aber Respekt. Wo ist denn der da ungefähr, oder? Kann nicht so richtig, richtig gewesen sein. Zumindest nicht gesehen, dass ich ihn getroffen hätte. Wo ist denn der? Da. Vielleicht so? Ja. Das war ein Treffer. Das war ein Treffer. Das war's. Das war's. Mehr habe ich leider nicht. Schade. Auch niemand da, der mir irgendwie Munition geben könnte. Mit dem Panzer lege ich mich nicht an. Ich... Wieso liegt denn der da direkt links neben dem Weg? Der Paner. Na gut. Dann ab zur Bergspitze wieder da spawnen. Und dann mal gucken. Zack. Ob er noch immer dort liegt. Hallo? Oh. Ein Tank. Da ist gerade die Antenne umgekippt. Wo ist er? Oh. Das ist wahrscheinlich... doch getroffen. Hahaha. Oh. Ei, 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 ei. Was geht denn hier jetzt gerade ab? Oh. Laufe. So, mal jetzt von hier drüben. Vielleicht treffen wir ihn ja auch von hier. Ah. Wo bist du? Verdammt. Der repariert. Ach so. Ist ja... Ist ja unserer. Mensch. So kann man das natürlich auch machen. Kein mehr da oder wat? Machen wir den hier. Ach. Der ist ja ganz. Nein, dann sitzen wir uns doch einfach mal da rin. Und ab geht's. Moment. Moment. Okay. Ich hab gedacht, das wäre ein Gegner. Kriegen wir die Pünktchen? Ah, da ist ja schon wieder rot hier. Ich hab gedacht, wir würden das gerade einnehmen. Ah, da ist ein Tank. That's fucking awesome. Getroffen. Na gut, wenn er nicht herkommen will, dann... Das Einsatzziel wurde neutralisiert. Ich muss dich auch nicht zerstören. Oh. Ach, verdammt. Nein, ich kann nicht so... Okay. Äh. Oh, ob das was wird? Nein. Das wird natürlich nix. Wer hätte es gedacht? Das war einfach doof. Da jetzt stehen zu bleiben. Aber gut. Egal. Punkte fürs Erobern. Äh. Bekommen. Da bin ich jetzt ein bisschen perplex, dass ich da auf Platz 1 bin. Aber, naja. Ich will mich da nicht beschweren. Ich bin da ja nicht so. So, können wir da von hier aus vielleicht so mal eben... So ein bisschen da so hin. Oh. Und ein bisschen einen auf den. Na, komm. Getroffen. Oh. Oh. Verdammt. Jetzt fährt er zur Seite und das war's. Ja, schade. Hätte ja was werden können. Gut, dann eben nicht. Dann werde ich mal gucken, ob ich zu D komme. Oh. Oh. Das war ein bisschen tief. Das auch... eher schlecht, möchte ich meinen. Aber was soll's. Und es ist auch echt eine knappe Kiste. Eine 119 zu 101. Hallo? Irgendwo jemand da? Ja, ich kann niemanden sehen. Habe ich eigentlich die richtige Tarnkleidung an? Das ist so die große... Die große Frage der heutigen Zeit, ja. Womit sich die Menschheit beschäftigt. Ob ich die richtige Tarnkleidung anhabe. Wir werden ja momentan auch in allen möglichen internationalen Gremien wird da abgestimmt, ne? Ob das hier die richtige oder die falsche ist. Ich weiß nicht mehr, was ich anhabe. Oh, ich seh' nicht. Oh, verdammt, ich hab' keine Munition. Kann ich den da vielleicht sogar... Oh, der haut wieder ab. Das ist auch nett. Dann hau' ich... Oh, und der ist down. Das ist ja auch schön. So, dann wieder ab zur Bergspitze. Ich hab' dummerweise noch immer keine Munition. Für mein... Rockating-Waffir. Und ich... Einfach mal ganz, ganz souverän einfach dran vorbeilaufen. Ja. Als ob man nie vorgehabt hätte, da hochzugehen. Einfach mal so tun, als ob. Bist du eigentlich? Bist du jemand mit Munition? Hm. Selbst wenn es so wäre, würde er mir wahrscheinlich keine geben. Das passiert öfters mal, ne? Steht man halt so schön neben einem Menschen und schreit ihn an. Ich brauch' Munition. Ich brauch' Munition. Und dann schießt man ihn auch noch an und hampelt da rum wie der letzte Mann. Ha. Wer hat den Wortwitz verstanden? Wahrscheinlich alle. Trotzdem war er schlecht. Ähm. Aber trotzdem passiert nix. Auf wen habt ihr da gerade geschossen? Hallo? Hallo? Oh. Moment. Ich seh' nicht. Nein, verdammt. Ah. Der hat definitiv die richtige... Wobei, der hat auch nicht so richtig... so richtig die richtige Tarnkleidung an. Aber gut. Bergspitze spawnen jetzt schnell hier. Komm, 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 komm. Ach, er ist schon tot. Sehr gut. Trotzdem spawnen. Oh. Bin einer von dir. Wie er sich hektisch umgedreht hat. Kann ich gut verstehen. So, jetzt haben wir auch wieder Munition. So, hallo. Niemand da. Das ist gut. Bis auf jemanden von mir. Von uns. Hallo. Okay, hier passe ich nicht drunter durch. Ich bin zu fett einfach. Oh.